Hast du jemals daran gedacht, dass die Linderung deiner Atemprobleme, die durchs Rauchen, eine Brontitis, Asthma oder eine Erkältung verursacht werden, in einer Tasse liegen könnten? Das ist eine einfache, aber kraftvolle Methode, deine Lungengesundheit zu unterstützen. Tee hat seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, einen festen Bestandteil rund um die Welt in unserer Kultur, die einfach für ein gesundes Leben dazugehört. Aber wusstest du auch, dass er ein kraftvoller Stoff für deine Lunge sein kann? Wahrscheinlich hast du bereits schon von dem Ex-Raucher-Tee gehört. Wenn nicht, ist das überhaupt gar kein Problem. Ich zeige ihn dir ja in diesem Video. Aber wirklich, dieser Tee hilft vielen meiner Patienten, wenn sie regelmäßig unter Beschwerden oder Symptomen oder Atemwegsproblemen leiden. Was ist denn das besondere Ziel dieses Tees? Nun, dieser Tee ist nicht nur ein gewöhnlicher Tee, den du trinkst, um dich ein bisschen aufzuwärmen oder zu entspannen abends. Dieser Tee hat eine ganz spezielle Funktion. Und zwar, er soll deine Lunge und deine Bronchien unterstützen und stärken. Und selbst wenn du nicht rauchst, können Umweltbelastungen wie Staub oder auch einige Berufere unsere Lunge schädigen. Und hier kommt dieser bekannte Ex-Raucher-Tee ins Spiel. Dieser Tee enthält speziell ausgewählte Kräuter, die bekannt dafür sind, einfach unsere Gesundheit, insbesondere der Lungengesundheit, diese weiter zu fördern. Das Ziel dieses Tees ist es, deine Lunge von Schadstoffen zu reinigen, Entzündungen zu lindern und deinem Körper zu helfen, die Symptome zu reduzieren. Wenn du also nach einer natürlichen Möglichkeit, nach einer natürlichen Lösung dafür suchst, um deine Lunge zu unterstützen, dann ist genau dieser Tee das, was du benötigst. Der wichtigste Stoff in dem Tee ist der Thymian. Thymian ist ein aromatisches Kraut, das für seine heilenden Eigenschaften bekannt ist. Es enthält eine Substanz namens Thymol, die stark antiseptische Eigenschaften hat. Thymian hilft einfach, die Atemwege zu öffnen, das Pontialsystem zu entspannen und vor allem Schleim zu lösen. Und dazu ist es auch noch entzündungshemmend. Das erste Mal, dass ich von diesem Thymol gehört hatte, das war während meiner Ausbildung, während einem Vortrag von einem bekannten Medizinproduktefirma, die 90 Minuten darüber gesprochen hat, was Thymol für eine unglaublich positive Eigenschaft für Spitzensportler hat. Gerade die heilende Eigenschaften, Spitzensportler, die arbeiten natürlich mit ihrem Körper, die müssen einfach funktionieren. Und da ist Thymian ein bewährtes Mittel. Das nächste, was in den Tee gehört, ist Süßholz. Süßholz enthält Glycerizin. Das ist eine Substanz, die entzündungshemmende Eigenschaften und vor allem antioxidative Eigenschaften hat. Es kann dazu beitragen, die Atemwege zu beruhigen und die Entzündungen zu lindern, was besonders nützlich ist für die Bedingungen wie einer Bronchitis oder Asthma. Der nächste Bestandteil dieses Tees ist der Fenchel. Fenchel ist bekannt für seine Fähigkeiten, Schleim zu lösen und Husten zu lindern. Es kann auch dazu helfen, die Atemwege zu erweitern, was vor allem das Atmen erleichtert. Wir haben ein starkes Mittel als antioxidatives Mittel. Wir haben das Thymol, was bronchial erweitert ist, womit man wieder freier durchatmen kann. Das sind super Kräuter hier drin. Das Schöne an diesem Tee ist, dass er erstmal nicht nur gesund ist, sondern auch einfach zubereiten. Und dazu ist er auch noch verdammt lecker. Nimm einen Teelöffel jeder Zutat. Thymian, Süßholz und Fenchel. Wenn du es süßer magst, kannst du auch noch einen Teelöffel Honig hinzufügen. Honig ist nicht nur ein natürliches Süßungsmittel, sondern wirkt auch noch antimikrobiell und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Nur vorsichtig, falls du Diabetiker bist, mit Honig. Gib alle Zutaten in eine Teekanne oder in einen großen Becher und übergieße sie mit kochendem Wasser. Lass den Tee etwa für 10 bis 15 Minuten ziehen. Das ist ziemlich lange für einen Tee, braucht dieser Tee allerdings auch. Also diese Heilkräuter müssen so lange ziehen. In dieser Zeit kann nämlich die Eigenschaft von den Kräutern in das Wasser übergehen, damit es auch wirklich seine heilenden Wirkungen freisetzen kann. Nach 15 Minuten ist der Tee dann auch fertig zum Genießen. Inhaliere den Dampf, um zusätzlich die Atemwege zu öffnen. Besonders das Thymol kann gut über das Inhalieren aufgenommen werden. Trinke den Tee langsam und vor allem zwei bis dreimal täglich. Besonders, wenn deine Symptome besonders stark sind. Also wenn du zum Beispiel mehr Husten hast, mehr Ausruf hast oder kurzatmig bist. Wie du siehst, ist dieser Tee unfassbar einfach auch zuzubereiten. Und deswegen wird er auch einfach Ex-Raucher-Tee genannt. Und ich glaube, das Beeindruckendste, was ich dazu erlebt habe, das war vor einem halben Jahr mit einem Patienten. Der eine Patient, der hat besonders gut auf diesem Tee angesprochen. Nennen wir ihn mal Tom. Tom war ein langjähriger Raucher, der unter chronischer Bronchitis litt. Er hatte viele Sachen jetzt auch schon ausprobiert. Atemübungen, Bewegung und so weiter und so weiter. Aber nichts hat so richtig ihm diese Erleichterung gebracht, die er sich gewünscht hat. Als ich ihm dann zu diesem Tee riet, hat er sich dann auf dem Weihnachtsmarkt diese Tee-Mischung gekauft. Und am selben Abend hat er noch gemerkt, hey, ich habe keinen Husten mehr. Meine Verschleimung, die ist stark zurückgegangen am nächsten Morgen. Er war tatsächlich so glücklich darüber, dass er mich gleich morgens um 7.30 Uhr auf der Arbeit angerufen hat, um mir davon zu berichten. Das freut mich natürlich besonders. Das sind die schönsten Momente in meinem Beruf, wenn ich jemanden mit Kleinigkeiten das Leben erleichtern kann. Probiere den Tee sehr gerne selber mal aus. Wohlmöglich hast du selbst bestimmte Dinge, die dir genauso gut helfen. Schreibe es gerne mal in die Kommentare. Ich finde es immer besonders spannend, von persönlichen Erfahrungen zu profitieren. Und ich möchte dir noch etwas Wichtiges mitteilen. Wenn du unter Atembeschwerden wie Kurzatmigkeit oder Husten leidest und deine Atmung und deine Lungenfunktion verbessern möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich in den Online-Kurs die Kraft der Atmung ein. In diesem 10-wöchigen Programm erhältst du persönliche Betreuung von mir, individuelle Inhalte, Live-Übertragungen und telefonische Unterstützung bei Bedarf. Es ist eine großartige Gelegenheit, deine körperliche Aktivität zu steigern und mehr Lebensgefühl zu entwickeln. Wenn das für dich interessant ist, klicke unter diesem Video auf den allerersten Link oder klicke hier und ich wünsche dir alles Gute.